Hier auf den Wanderwegen, mitten im Bergpark Wilhelmshöhe, da soll man eigentlich ganz gemütlich mit der Familie spazieren gehen können. Aber zuletzt, da wurden diese Wege immer häufiger von Mountainbikern als Abfahrtstrecken missbraucht. Und das hat mitunter zu brenzligen Situationen geführt, sagt mir Lena Pralle von der Museumslandschaft Hessen-Kassel. Gerade weil die Mountainbiker in sehr schnellem Tempo unterwegs sind, aus dem Wald geschossen kommen teilweise eben auch nicht auf den Wegen fahren und Spaziergänger oder andere Besucher dann auch nicht mehr ausweichen können. Bislang sind uns noch keine wirklichen Unfälle bekannt. Wir bekommen aber zahlreiche Beschwerden von anderen Parkbesuchern, die eben gefährliche Begegnungen mit Mountainbikern hatten und dann auch darum bitten, dass die Parkordnung doch mehr zur Einhaltung kommt. Ja, die Parkbetreiber, die haben mittlerweile reagiert und das Sicherheitspersonal aufgestockt. So will man den Mountainbikern Herr werden. Ich habe auch mit der Interessengemeinschaft der Mountainbiker in Kassel gesprochen. Die sagen mir, das sind einige wenige, die hier immer wieder runterfahren. Das steht nicht für die große Masse der Mountainbiker in und um Kassel. Die meisten, die suchen eben nach legalen Strecken, aber die gibt es kaum hier in der Region. Das sagt mir auch ein Sprecher von Hessen-Forst. Eine legale offizielle Mountainbikestrecke gibt es hier in der Nähe des Bergparks. Aber man sei dabei, das Netz zu erweitern. Noch dieses Jahr sollen dafür die Planungen abgeschlossen sein. Und dann soll das Mountainbikenetz um Kassel auch wachsen, damit es mehr legale Strecken gibt und illegale Downhill-Strecken wie hier im Bergpark dann eben nicht mehr genutzt werden.